Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Klaus Eberhardinger Andreas Wittersek und Victor Gernot Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in unserem neuen Zuhause. Wir haben ein bisschen die Farbtöpfe rausgeholt während des Sommers. Das ist es, unsere neue Heimat, unser neues Studio. In der 10. Saison von Was gibt es Neues, haben wir ordentlich ausgemalt. Und ich glaube, es gefällt uns, oder? Und was für eine Signage! Oh ja, wir haben einem sehr talentierten Nachwuchs-Moderator eine Chance gegeben. Ich finde, er hat uns viel angehabt, aber sonst war es super. Ja, aber er war früher bei den Chippendales, ich kenne ihn näher. Wir haben aber ansonsten, ist alles gleich geblieben. Ich stelle euch unglaubliche Fragen und ihr gebt noch unglaublichere Antworten. Wir haben ein gutes zu einem Sendungsthema und wir haben uns gleich gedacht, mal was wirklich aktuelles, etwas, was ein Thema, das unter den Fingernägeln brennt. Und zwar ist es das Thema 150 Jahre erste Hundeausstellung in Österreich. Das war am 8. und 9. September 1863 und zwar hier um die Ecke. Da wurden in Hitzing 357 Hunde präsentiert. Und das war die erste Hundeausstellung. Hervorragendes Thema und deshalb Goodies für den Hund. Ein Schwein für den Hund? Ja, natürlich, aber da kann der Hund reinbeißen. Was glaubst du, was der Hund für ein Freib hat, ne? Herrlich. Meiner redet davon, wenn er das sieht. Ja, was hast denn du? Was hast denn du? Was hast denn du? Ich habe einen Mops. Einen Mops? Aber einen Killer-Mops. Der ist ja größer als der Hund. Ich habe sowas gekauft, der hat sich gefürcht davor. Wirklich? Das gibt es auf italienischen Tagestellen. Okay. Ja, und vom Hund kommen wir auf die erste Frage. Ich möchte nämlich gleich wissen, was ist ein Dackelzug? Dackelzug? Dackelzug. 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 Es gibt doch im Auto hinten immer diese Hunde, die so mit dem Kopf wackeln. Diese Wackelhunde. Vielleicht ist der Dackelzug sowas, wo alte Leute, die alle so zum Lacken sind. Und bei zwei Fenster aus den Leuten. Na klar. Ja, ein Dackel ist ja eine Hunderasse, die lange ist, niedrig. Und trotzdem nur vier Axten hat. Also ich werde ein Dackelzug, ein langer Zug sein. Und mit Axten weiter auseinandergefahren. Ja, vorn eine Axt und eine Hinterachs. Eine Hinterachs. Und vorn natürlich ein Zugführer, der so fährt. Sowas langes mit ... Also da meinst du diese, wie heißen sie in Australien, diese Road Trains? Meinst du das? Zum Beispiel, ja. Und das meinst du das ist ein Dackelzug? Ja. Weil es niedersahen und ... Ja, lang. Also da meinst du das kommt so aus dem Transitbereich? Jaaa. Der Eber-Hartinger ist nicht schlecht. Aber es ist ein völliger Topfen. Das hat mit Scharkspielen zu tun. Mit Scharkspielen zu tun. Mit Scharkspielen zu tun. Das ist gut. Das ist gut. Dackel auf C7. Schläge-Turm. Die legendäre Partie Kasparov, Dackelzug, Schachmatt. Gefällt mir. Oder beim Klettern ein Zug, wo du ganz lang machen musstest. Ist das nicht der Griff? Zuerst der Griff, dann der Zug. Dann kommt der Zug. Der Dackelzug, wo du ganz lang musstest. Man spricht auf dem Kettergriff. Aber vielleicht hat es etwas mit einer Schönheitsoperation zu tun. Weil es gibt ja die Hasenlinie. Wenn die Frauen repariert sind wie der Hasen, dann haben sie da so Linien. Dann gibt's die Kränschlüsse. Und dann gibt's den Dackelzug, damit die Lefze nicht runterhängt. Dann wird sie so. Dr. Warnsek, wir machen mal den Dackelzug. Oder die faszinierende Tierwelt. Vielleicht gibt es einfach eine Brunftzeit bei den Dackeln. Und alle läufigen Hündinnen treffen sich dann in einem Tal. Und hinten nach die Rüden. Und das ist dann der Dackelzug, der sich zur Dackelbegattung gerade auf den Weg gemacht hat. Oder die stehen in einer Reihe. Flugtackeln zum Beispiel. Flugtackeln, die fliegen, das hat kein Sommerzug. Der Dackelzug. Ah, der Dackelzug. Jetzt ist bald Winter. Wenn die Dackeln nach Süden fliegen. Da gibt's auch die Zugtackeln. Was du meinst. Der Dackel macht noch keinen Sommerzug. Ja, Klaus hat einen richtigen Ansatz geliefert. Ganz portfisch. Das meine ich jetzt ernst. Du bist drauf gekommen, dass der Zug jetzt nicht nur ein Zug im Sinne von Eisenbahn ist, sondern das ist sehr verschieden. Es gibt einen Schachzug. Ein Gesichtszug. Ein Gesichtszug. Ein Gesichtszug. Ein Gesichtszug. Ein Luftzug. Ein Luftzug. Ich sitz im Zug. Und damit ist der Luftzug gemeint. Das heißt, der Zug kommt von unten. Ein Tackelzug. Ein Tackelzug. Ein Tackelzug, weil die Türen nicht ganz unten abschließen. Deswegen zieht's unten. Und der Dackel verkühlt sich die Puppen. Zuerst wird dem Dackel geholt und dann dem Besitzer. Ja, das ist doch schnell. Für deinen Dackel. Das wirst du recht nicht wissen. Aber im Weinbau sind in der Dackeln sehr beliebt. Weil da gibt's ja diese Gase, die einem gefährlich werden können in einer bestimmten Gärungsphase der Trauben. Und da geht man immer mit dem Dackel. Wenn der umfliegt, sagt er, okay. Ich glaub, es ist besser. Wir gehen jetzt aus dem Silo raus. Die Gase sind am Boden. Steigen die nicht auf? Nein, am Boden. Aber der fragt ja den Dackel. Ja. Er geht in den Keller runter. Aber das wär dann der Dackeltest. Das ist was anderes. Ja, das ist der Dackeltest. Aber da sind's mit einer Kerzen gegangen. Und wenn die ausgegangen ist, dann war's gefährlich. Oder mit dem Knecht, der ein bisschen kleiner wurde. Ja, ja. Es gab die Fenstertackeln. Die sind die doch, die man ins Fenster einlegt, damit's nicht ziert. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich hab ein Dackelt. Haben wir doch einmal sogar das Dackeltest. Aber das ist Tierquälerei. Naja. Da hat man gar kein Dackelt. Das muss am Ende auch einmal so. Dackeltest. 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 Nein. 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 Es ist ein Fachbegriff aus dem Ofenbau. Und ich meine jetzt den wirklichen Ofen. Beziehungsweise Dampfkesselbau. Was für eine Ofen könnte man sonst meinen. Eine untere Lade. Nein. Da gibt es horizontal montierte Abzugsrohre. Also, ich möchte das jetzt vereinfacht ausdrücken. Ja. Und die haben mit ihren... Horizontal... Okay. Das ist so ein flaches Rohr. Ja. Und dann haben die so einen Aschetrichter. Ja. Und dann, erinnern Sie mich, mit etwas Fantasie schaut das aus wie ein Dackel. Und da heißt es im Fach... Der Herr heißt es im Fachjargon Dackelzug. Dieses Abzugsrohr. Ah. Da kann es nicht drauf kommen. Nein. Da kann es nicht drauf kommen. Ja. Nicht der Sinn der Sendung. Ich bedanke mich bei Gernot Heinz aus Friedlich. 300 Euro Fücherkutschein. Danke. Ja, 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 ja. Wir wollen liebgewonnene Gewohnheiten nicht brechen. Und deswegen haben wir jetzt unsere Schaltung in das Archiv. Der Chef der Archivar Bruckmann ist natürlich auch, ab Herbst 2013, vollen Abenddach bei. Am 17. Ich glaube, er hat eine neue Frisur. Aber schaut euch das an. Über den Sommer hat sich natürlich einiges aufgestaut und das muss er jetzt mal loswerden. Grüß Sie, Herr Oliver. Ein schönes Studio haben Sie da. Ich beneide Sie drum. Bei mir im Archiv, da ist eher alles beim Alten. Aber mein Hemd ist neu. Wurscht. Ich bin da gerade bei der Inventur und bin auf viele Fehlbestände draufgekommen, dass die Kollegen immer vergessen, mir die Kassetten zurückzugeben. Das eine da hätte mich zum Beispiel sehr interessiert. Stuttgart im Juni 2006. Der Titel ist super. Hunderte Holländer ohne Hosen unterwegs. Das ist sicher lustig. Aber warum haben dort Hunderte Holländer keine Hosen angehabt? Können Sie mir helfen? Wir werden gleich irgendwie... Ich habe Hunderte verstanden. Hunderte? Nein, nein, nein. Langsam. Langsam. Fußball-EM. Hungrige Holländer. Fußball-EM. Moment. Fußball-EM. Ja, was denn du Streber? Fußball-EM. Was sagst du? Fußball-EM? Fußball oder WM? Eines von den Leuten. Fußball mal rechnen. Kann das in 6? EM oder WM? WM. WM. Fußball-WM. WM. Fußball-WM. Holländisches Spiel. Die irgendwelche Fans haben gesagt, die anderen ziehen sich immer das Leiberl oben aus. Das ist unoriginell. Wir holen uns das Leiberl unten aus. Wir ziehen uns diesmal die Hose aus. Und singen Oranje Bove. Los geht's. Lieber Viktor, ich bin bereit den ersten Teil der Antwort als richtig bereits anzuerkennen. Nur beim zweiten liegst du noch völlig falsch. Bei der Hose? Du bist ein Hasenfuß. Haben die überhaupt in Stuttgart gespielt? In Stuttgart war immer so ein Public Viewing. Ein Public Viewing. Ja, aber es hat ja einmal auch eine Vorrunde. Nicht Vorrunde, aber es hat ja so quasi diese... Wie heißen die ersten Runden? Vorspiel! Nein! Das ist nicht Fußball! Das ist nicht Fußball! Vorspiel! Ich merke, ihr sitzt wirklich weiter. Ich weiß es. Du musst davor zur Schule gehen. Darf ich mir vorher was sagen? Es kann ein Elfmeter schießen. Was wolltest du mir sagen? Ein Elfmeter schießen? Und dann haben sie die Hosen ausgezogen, um den Torwart zu irritieren. Kann das sein? Nein. Gut. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ein Vorspiel. Zweimal 45 Minuten. Und dann Elfmeter schießen. Ich bin überzeugt, die Uli hält. Aber jetzt, Entschuldige, wenn ich noch... Hose heißt quasi die Schor oder die Schiene oder heißt das alles was Hose ist? Ich nehme mal an, dass sie in die Unterhose reingegangen sind. Also nicht die Spieler, sondern andere Holländer? Ach so, ja. Das habe ich ja schon verraten. Andere Holländer, nicht die Spieler! Fans! Die Fans! Die Fans! Die Fans! Warum natürlich? Ich habe nicht gesagt, die holländische Nationalmannschaft. Nein, er hat schon gesagt. Ja, ja, das habe ich da aber gedacht. Also hunderte Holländer. Vielleicht haben sie so viel mitgespielt. Ich weiß ja nicht. Jetzt weiß ich, warum das Vollspiel zweimal 45 war. Es waren hunderte Holländer ohne Hosen unterwegs. Aber vielleicht war das, weil die sonst immer mit Waffen kommen und sie wollten zeigen, wir kommen friedlich. Die Holländer mit... Es gibt doch so verrückte Fans. Hosen als Waffen? Nein, die, wo man in den Hosen irgendwelche Waffen eingesteckt hat. Mit den Hosen haben sie debielt, wie die Teufel. Nein, wir kommen friedlich. Uli, bei mir ist immer eine Waffe in der Hose. Ja, holländischer Banküberfall ist ja... Hose hoch! Vielleicht! Hose hoch! Wenn man jemandem die Hosen auszieht, dann ist es ja praktisch ein Zeichen der Niederlage. Eicht ziehen wir die Hosen aus. Ja. Ach so? Das sagt so, dass bei Bayern München sagen sie, wir ziehen denen die Lederhosen aus. Wir ziehen denen die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Richtig, genau. Und das ist ja das Symbol für, die werden wir fertig machen. Die werden wir fertig machen. Und das hat auch mit Bavaria irgendwie zu tun. Die haben gegen Deutschland gespielt. Nein, gegen die Deutschen. Nein, gegen die Deutschen können wir es nicht gespielt haben. Nein, nein. Das ist ganz fies, wenn ich sage Bavaria. Bavaria, ist das ein Bier? Die haben protestiert, weil sie ihr Bier nicht trinken durften, sondern dieses Bavaria-Gelder trinken müssen. Oh, das ist gut. Genau. Es gab einen Vertrag, einen Sponsorvertrag, wo sie nur Heineken trinken durften. Oder eben kein holländisches Bier trinken durften. Wieso kein holländisches? Was ist denn Bavaria? Ein deutsches Bier. Ein holländisches Bier. Ein holländisches Bier. Bavaria ist ein holländisches Bier. Und das durften sie nicht rumtrinken, sondern müssten... Aber Heineken ist das nicht. Das ist völlig wurscht. Bavaria ist ein holländisches Bier. Und das durften sie nicht mitnehmen und trinken. Und warum? Nein. Nein, sie mussten sich Gößer-Bierhosen anziehen. Weiß das? Da kommt ein Knochen, das ist schwer. Und zu beweisen, dass sie kann es mithaben. Jetzt haben sie das Bier in der Hose geschmuggelt. Bavaria hat Hosen ausgeteilt, wo groß das Logo von Bavaria zu lesen war. Und die holländischen Fans wollten zu 100 in das Stadion. Das war übrigens das Match Holland gegen Elfenbeinküste. So, jetzt gibt es aber genaue FIFA-Regeln wegen diesen ganzen Sponsoring-Verträgen. Und du darfst nicht mit Kleidung oder sonstigen Werbebannern in das Stadion hinein. Und die haben da groß Bavaria stehen gehabt und durften nicht ins Stadion. Darauf haben sie gesagt, okay, aber umziehen können wir uns nicht mehr. Also, Hose runter und rein in das Stadion. Und deswegen sind sie ohne Hosen zu dem Spiel. Schöne Geschichte. Sehr lustig. Sehr lustig. Also, Bavaria, holländisches Bier. Lustig, ne? Aber so eine schöne Frage. Und damit bin ich auch schon bei Ihnen, meine Damen und Herren. Denn, wie ich schon gesagt habe, wir sind in der zehnten Saison. Und diese Sendung rennt unter anderem deshalb so erfolgreich und so gut, weil Sie uns immer so großartige, sensationelle Fragen stellen. Und ich bitte Sie und fordere Sie hiermit auf, dieses weiterzutun. Alle Möglichkeiten, uns etwas zuzusenden, sind wir Insight an dieser Stelle eingeblendet. Und gerne besuchen wir Sie auch mit der Kamera, wenn Sie meinem Ratteteam die Frage einmal persönlich stellen wollen. Hallo, liebes Ratteteam. Mein Name ist Thomas und ich komme aus Lenzing. Und ich will heute von euch wissen, was man unter dem Begriff Bügelaufschlag versteht. Was ist ein Bügelaufschlag? Der war herzig. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist keine Dating-Show. Schau deine Risse. Ich frage die Redaktion, die haben seine Nummer und E-Mail-Adresse. Danke. Thomas, hey, you have a deal. Ja, hier ist dein Herzblatt. Ja, aber mir fällt auch ein. Fangen wir gemeinsam. Fangen wir noch mal hin. Das sind die Skiorten für alles versuchen, noch Geld zu bekommen. Dann können Sie jetzt bei den Skiliften sagen, wenn Sie einen Bügel haben wollen für den Schleplift, dann müssen Sie es extra das Zeug. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Du kriegst so deine Mops. Ja. Dann probier's mit der Sau. Probier's mit der Sau und du bringst uns dann nächste Woche das nächste Mal. Du bringst uns ein Video mit, wie du deine Mops mit der Sau zusammenführst oder so. Das ist eine Mischung. Eine technische Einrichtung, damit die Befestigung des Bügels nicht raushüpft bei jedem Steher oder Pfeiler. Und das heißt dann vielleicht, erstaunlicherweise, der Bügelaufschlag. Du, aber vielleicht heißt Aufschlag überhaupt Aufschlag und nicht Aufschlag. Ja, oder auch Aufschlag. 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 Oder Aufschlag. Wenn der Bügel am Sessellift nicht hält, gibt's einen Aufschlag. Das ist richtig. Oder wenn du zu früh aussteigst und der Bügel fliegt nach Fähre und haut dem Vordermann am Schell, hat er einen Bügelaufschlag. Der Bügelaufschlag. Der Bügelaufschlag ist eng verwandt mit dem Telleraufschlag. Na gut dann. Dann ist doch durchspringen. Der Bügelaufschlag und Telleraufschlag. Ja. Ja. Tontaubenschießen. Ja. Jetzt kommen wir wieder. Das gefällt mir gut. Das heißt Telleraufschlag. Ja. Wirfst den Teller und wenn sie nicht trifft, schlägt der Teller auf. Ja. Bei Tontaubenschießen. Oder wie heißt das? Das ist ja, das ist ein griechischer Brauch. Bei Hochzeit und einer großen Festen. Da zerteppern dann die Griechen altes Geschirr. Zirtaki. Oder Kleiderbügel. Im extremen Süden von Griechenland, da haben sie ganz wenig Geschirr. Denen geht es wirtschaftlich natürlich nicht so gut. Da haben sie dann immer Kleiderbügel. Bei Hochzeiten und Festen. Das ist wie ein Kleiderbügel. Das bringt Glück. Genau. Ich bin überzeugt davon. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch, dass ihr das lösen könnt, weil ihr eigentlich schon knapp dran seid. Also Skilift ist gut, aber ihr denkt beim Aufschlag ans Geld. Falsch. Deswegen habe ich ja gesagt Aufschlag. Es gibt ja so einen Aufschlag. Oder da ist ein Filzchen, ein kleines Filzchen, wo das aufschlagen kann, der Bügel. Welcher Bügel? Wo war es? Der Skiliftbügel. Ja. Wenn ich sitze. Und dann ist ein kleines Filzchen, damit es sich nicht weh tut. Also damit... Das Filzchen? Das Filzchen tut so weh? Welches Filzchen denn? Was redest du schon wieder? Womit haben sie dich in Reichen auch diesen Sommer ernährt? Mit Filzchen. Mit Filzchen. Das war ja vorher auch schon so. Ach so. Aber bei den Liftbügeln gibt es ja, wenn es die auslässt, dann gibt es diesen Hügel, wo der aufschlag und dann sich langsam hochziehen kann. Was hieß es? Ob du recht hast oder nicht? Moment! Frage! Aber was fahrt dann jemand? Moment! Ich muss doch was fragen, bevor man es auflässt. Du! Zwarte, warum das Furchtchen stimmt, war 14 Minuten. Moment! 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 Ich hab das Filzchen nicht rübergestellt. Ich bin schon fertig. Kann man mit dem Stäblicht auch runterfahren? Nein! Aber was ist das denn mit dem Teller? Fahrt jemand mit dem Teller Ski? Haha! Wieso ein Teller aufschlag dann das Gleiche? Du bist verrückt geworden! Nein! Warum immer schon so? Warum? Schau, da ist ein Kamel und ein Filzchen. Nein! Entschuldigung! Der Schießstock! Nein! Das ist der Keller! Nein! Jetzt hör du auf! Es gibt den Bögel oder den Teller! Es gibt den Bögel oder das Tellerchen! Nö! Nö! Nein! Nein! Ich glaub, ein paar Zuseher haben das nicht... Das hält so runter! Das hält so runter! In Zeitlupe, bitte! Ohne mal in Zeitlupe! Ohne Requissi! Ohne Requissi! Ohne Requissi! Das ist dünner natürlich! Ja! Dann hängt der Teller und dann tust du dir das so! Ah! Und dann wird das so gezogen! Ich hab nichts besseres! Und klar, wirklich! Ja! Ja! Das ist ja auch Tellerlift! Ja! Diese Metapher mit dem Beißkorb davor! Neukord! Ich hab ihn aber umgekehrt gehalten! Ich wollt nur was fragen, weil ich nicht Skifahren tue! Haben die alle so am Beißkorb zum Schlecken? Haben sie nicht! Ich hatte nichts besseres! Ich kann das natürlich! Na gut! Pass auf! Jetzt hab ich was gefunden! Jetzt! Verstehst du? Tellerlift! Ja! Und ich kann überhaupt nicht Skifahren! Ich verstehe es nicht! Und es war so furchtbar, weil ich hab immer den Bügel der Länge und nicht der Breite genommen! Für solche Leute, für solche Patienten gibt es den Tellerlift! Weil da kannst du nicht der Länge und der Breite! Das ist einfach rund! Das ist schrecklich! Und jetzt sagt euch noch der Thomas aus Länzing! Der Thomas aus Länzing! Der Thomas aus Länzing! Die richtige... Tommi! Als Bügel bzw. Telleraufschlag wird jene Rampe am Ende eines Schlepplifts bezeichnet, auf der der Bügel oder Teller aufschlägt und dadurch nach dem Loslassen abgebremst wird! Na? Aber da könnte man sagen... Du warst zu weit! Bravo! So! Der Viktor, ich seh es in seinem Blick, ich seh es in seinen Augen, er wartet schon sehnsüchtig... Worauf warte ich? Auf das Ding der Woche! Auf das Ding der Woche! Ja, den ganzen Sommer habe ich kein Ding der Woche! Hättest mich angerufen! Aber vorher... So! Aber vorher, ich seh es dir an... Du warst mehr als ich... Ich glaube, du spielst dann Casanova im Glashaus oder irgend so... Ja! Was spielst du? Ja! Im Casanova, neues Cabaretllokal in der Doordärgasse im Ersten und neues Programm im Glashaus, ja! Das war ja früher so eine Striptease-Bar! Es war... Oder? Nach wie vor, oder? Wir haben... 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 Wir haben einen alten Wiener angesprochen! Wenn ich das sagen darf... Was macht die Stangen auf der Bühne? Ein echter... Ein bisschen älterer Wiener als ich! Sie spielen jetzt im Casanova! Da war ich früher öfters! Ja, aber jetzt gibt's dazu Musikprogramme und Cabaretl! Und sagt er... Schaut! Dass keine knockerten Weiber mehr... Offizielle Premiere, sagen wir's gleich dazu, ist der 25. September! Da bin ich dann nicht mehr so nervös! Ich freu mich schon total! Gut! Und jetzt habe ich ein Ding der Woche für dich! Da freu ich mich auch! Ja, weil es ist wirklich... Weil wir gerade über Casanova und also... Wo er doch vorher ein bisschen Erotik im Spiel war... Es ist vielleicht so, gerade für Männer wie dich, die immer sehr fokussiert sind und... Ich glaube, ich habe auch das heutige Ding der Woche eine erotische Komponente... Und deswegen... Das ist das Ding der Woche! Ja, ich habe jetzt schon viel Spaß damit! Ohne meinen Anwalt... Da will's gar nicht hergeben! Ohne Anwalt sage ich nichts! Und ich möchte Ihnen kurz via Insert zeigen, wozu es wirklich dient, meine Damen und Herren! Wenn Sie es nicht sehen wollen, einfach Augen zumachen, das Insert kommt nur ganz kurz und dann gebe ich es gleich an den Vistor weiter! Ein herrlicher Gerät! Ein herrlicher Gerät! Victor! Ich wünsche dir viel Spaß! Danke dir! Und bitte nicht wieder in den Mund nehmen! Geht das ganz rauf? Das ist schwer! Dieses geriebte Plastikteil ist gefüllt mit Flüssigkeit! Das ist schwer! Ich gebe mir ein Mikro hin! Das macht es richtig so! Das kannst du ansaugen! Das ist ein Saugnapf! Ein Saugnapf! Da unten! Du musst den Hebel umlegen! Nein! Umlegen! Umlegen! So! Drauf! Aufsetzen und dann umlegen! Ja! 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 Jetzt kannst du nicht draufsetzen! Tu denn mal! Nein, ich weiß schon! Ich weiß schon! Nein, ich weiß schon! Schau! Das ist für... Das ist vollständig! Schon leicht kann man die Reaktionsstörungen beheben! Joi! Oh! Das muss jetzt aufsetzen! Nein, bitte! Das ist nicht dafür! Das gehört dazu, ja? Und pass auf! Jetzt! Magic! Das ist für Leute, die einen Lkw-Führerschein machen! Und das ist das Modell für die Automatik! Weil da riert sich ja dann nix! Und das ist für die Schaltung! Okay, ich würde das jetzt sehr gerne wieder aus der Hand nehmen! Aber es steht dir echt gut! Ich finde, du hast dich sehr gut aus der Affäre gezogen! Rita Lanselot! Es ist nun an euch! Den Kampf zu fechten! Bitte! Nimm du den Murztrum! Nicht wahr? Da steht schon... Ich hab schon wieder meine Brühe nicht mit! Lies einmal! Er hat seine Brühe auch nicht mit! Du hast das auch nicht mit! Aber wenn wir zusammenschauen, vielleicht geht's ja! 13.02! 13.02! Na dann ist ja alles klar! Dann ist alles klar! Aber das ist großartig! Für einen 50-Jährigen, ich hab meine Brühe nicht mit und gib's dem 60-Jährigen! Das ist großartig! Beide wollten das mitnehmen vorher! Wir haben uns vorher angesprochen, nimmst du die Brühe mit oder nimmst ich mit? Ich hab den 70-Jährigen, die brühen wirklich mit! Ich hab den 70-Jährigen wirklich mit! Ich hab den 70-Jährigen! Ich hab den 70-Jährigen wirklich mit! Nein! Das ist das, was die Oli gefragt hat, geht das ganz rauf! Das geht auch rauf und runter! Hier ist es rau! Und hier ist es glatt! Es ist hier rau, es ist glatt und da gestimmt's rüber. Es kommt mir nicht an, dass ich den Sinn. Was das sein könnte, man kann jemand schrecken damit in der Nacht. Was ist zum Schrecken? Sicher auch. Wenn in der Nacht so einer kommt und sagt, ja. Nimm das, du Schurke. Nein, es ist ein Warnzeichen. Ein Warnzeichen? Achtung, Rotlichtzone. Ab hier beginnt... Ich weiß nicht, reflektiert das vielleicht Licht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher... Um schön auszuschauen. Fängt nicht zu sagen. Um zu reiben, um eine Reibung. Um nicht zu reiben, um abzu... Was? Um nicht zu reiben, um abzubremsen? Wie sagt man? Stoppen! Nein, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Aber du tust ja, damit's nicht rutscht. Damit's nicht rutscht. Ja, ja. Ich hab wirklich nicht rutscht. Keine Ahnung. Damit was nicht... Das ist wie Klettverschluss. Schoobranch, war das richtig? Nein, Schoobranch war überhaupt nicht. Was aber völlig sinnlos ist. Ich glaube, es geht um ein Handwerk. Handwerk. Schau. Mehr sage ich nicht. Jetzt bleibt. Das musst du einmal zusammenbringen. Wie hast du das gemacht? Das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung. Das ist... Fantasie ist das. Erfahrung. Und jetzt... Das ist ein Zaubertritt. Magic. Magic. Das ist... Das ist aus dem Casanova, aus der Zeit, aus dem klassischen Casanova. Schaut ihr das an, wie das? Und das war ein Spiel. Weil das muss ja einen Sinn haben, dass man das fixieren kann. Da haben irgendwelche Angesoffenen Freier von das Weiten hinhauen können. Und dann ist das Pesto-Depp. Nicht nur die Angstlufe. Das war Trifft. Nicht Hau den Lukas, sondern Trifft den Lukas. Hey, bist du narisch? Das fühlt sich anders an. Das ist ein Bizeps-Schmeifer. Kann ich noch zwei haben? Ihr werdet auch bei der Auflösung begeistert sein. Hättest du das zu Hause? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber hätte es kein... Obwohl, es kann passieren, dass ich es auch kurzfristig bräuchte. Aha. Kurzfristig? Hat was mit Alter zu tun, okay? Es hat mit Alter zu tun, kann dir aber natürlich auch in jungen Jahren passieren. Okay. Es ist eine Prothese. Es kann dir auch in jungen Jahren passieren. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Hat jeder wahrscheinlich schon von uns... Nein, aber es war das immer was zum Socken anziehen oder zum Schuh anziehen. Was hat jeder von uns? Bitte weiter. Stichmel anziehen. Was hat jeder von uns? Zwischen die Zehne. Was hast du gesagt? Zum Socken anziehen? Zum Bremsen, ja. Also ich habe vorher geglaubt, wie du noch nicht... Anziehhilfe. Ausziehhilfe. 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 Moment, Moment, wie du noch nicht das gesagt hast. Ja, bei Anziehhilfe. Aber ich glaube, das ist ein Katzenkratzbaum. Ja, aber sowas da. Ein Katzenkratzbaum. Ja, weil dann kann die Katze spielen, ob sie es raufkriegt. Du, die Katze ist mit dem Plastikteil in sieben Sekunden fertig. Okay, da hatte ich es noch nicht in der Hand. Es ist eine Anziehhilfe. Ja. Ja, damit habe ich schon alles gesagt. Ja. Ja, aber wen anziehen? Sich selbst? Ja. Also wir tun ja ganz logisch jetzt. Was soll man da anziehen können? Da ein Hemd einspannen, das ist nicht. Wir tun jetzt ganz logisch. Du, jetzt mal ganz logisch. Du, jetzt mal ganz logisch. Du, jetzt mal ganz logisch. Das wird schon ziemlich logisch. Hut? Du musst das mit dem Saugnapp auf dem Kopf fixieren. Dann kannst du ganz langsam den Plastikhut aufsetzen. Wenn du einen Gips hast, wenn du einen Gips hast. Einen Gips? Wenn du einen Kopfgips hast und kannst den Hut nicht aufsetzen. Stell dir vor, wenn du einen Gips hast, sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, wenn du einen Schwips hast. Sehr schön. Du, ja. Das kennst du nicht, das war vor deiner Zeit. Ja, ja. Ja, aber also okay. Es muss was sein, dass das Ding befestigt ist, weil es soll ja stehen bleiben. Sonst hätte es ja diesen Hebel nicht. Ja. Ja, aber was soll mir dann helfen? Horizontal abbefestigen. Eine Krawatte? Ein Stützstrumpf. Zum Beispiel. Einen Stützstrumpf. Wir haben alle das Wort gehört. Stützstrumpf. Stell dir vor, du hast einen Stützstrumpf, sagst du, dass du hinein gehst. Nein. Auch bekannt unter dem Namen Kompressionsstrumpf. Aus dem kann ich Karl Wilmo. Er hat die Antwort gegeben, aber das ist, weil der Stützstrümpf so streng rauf geht, sieht man ihn da. Da rüber, dann gibt man da das Bein hin und den Socken und dann tut man es so rauf. Aber wenn es am Tisch angenobbelt ist? Das ist blöd. Ah, vielleicht ist es so angenobbelt, was man jetzt nicht sehen kann. Woran? Auf Dauerspecken oder was? Nein, am Tisch unten. Oder an der Decke? Nein, so, so, horizontal, an der Wand. An der Wand. An der Wand. Aber da musst du dir das Bein so hoch rauf geben. Nein, du kannst es ja tief. Dann greife ich doch mal in meine berühmt-berüchtigte Lade. Und was habe ich denn hier? Kompressionsstrumpf. Aber du hast es jetzt wirklich schon gesagt. Ich meine, du kannst es natürlich jetzt auch so tun. Aber wie soll es gehen? Ja, dafür bin ja ich da. Ach so. Jetzt gehe ich rüber und habe mir gedacht, ich werde mit einem von den älteren Herren... Das ist ein sensationelles Gerät. Ich werde da jetzt mal mit einem der älteren Herren das ausprobieren. Ich bin heute der Jüngste. Ja, ja, Viktor. Du, Viktor, du, Viktor. Bei den Herren natürlich. Weil du sitzt, also könntest du es mal kurz rüberwachsen lassen, bitte. So, pass auf. Ich zeige euch das. Das wird jetzt wirklich lustig. Ich habe es lange üben müssen. Gib es mit, bitte. Aber das führst du es vor. Ja, mit dir. Und wir tun so, als wäre das dein Fuß. Als wärst du seine Frau, die ihm hilft, richtig? So, pass auf. Oliver? Soll ich dir? Olivia! Du brauchst einen Kompressionsstrumpf, okay? Ja, pass auf. So, Nummer 1. Der wird am Tisch fixiert. Soweit waren wir schon. Ich jetzt oder? Nein, nicht du. Das Ding der Woche. So, jetzt kommt der Kompressionsstrumpf. Achtung, der kommt jetzt hier drüber. Ja. So, darf ich nichts falsch machen, sonst blamiere ich mich wieder. Jetzt tun wir das hier drüber. Und was mache ich? Na, warte, 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 warte. So, jetzt ziehe ich ihm das drüber. So, und jetzt mache ich das einfach nur. Schau, wie er sich schön aufrollt. Tak, 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 tak. Sehr schön aufrollen. So, und jetzt gibst du mir dein Bein. Dein Bein. Und schau, wie leicht das jetzt drüber geht. Wow. Das war... Du hast es gewusst. Nein, das ist alles gesehen. Nein. Geh dir vor, ich bin ein Stück Strumpf. Willst du ihn anpassen? Nein. Dann gib ihn her. Darf ich ihn? Ja, darfst. Ich krieg ihn wieder zurück dann. Danke dir. Bitte gerne. Das war das Ding der Woche und ich bedanke mich bei Paul Merkel aus Wien. 300 Euro Büchergutschein für die Stützstrumpfanzihilfe. Seit heute gibt es wieder jeden Freitag die Vorrunden unserer ORF-Show Die große Chance. Präsentiert von Andi Knoll und erstmals Alice Tummler. Gebürtige Innsbruckerin und die ist damit erstmals im ORF zu sehen. Und die haben wir gebeten, uns heute die Promi-Frage zu stellen. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich euch jeden Freitagabend bei der großen Chance, die größten, unentdeckten Talente Österreichs präsentieren zu dürfen. Ein besonderes Talent, oder besser gesagt eine Fähigkeit, hat ein sogenannter Stehsammler. Worum könnte es sich dabei handeln? Ein Schwammerlsucher, der nur große Schwammel mitnimmt praktisch. Ja, Auffelwitterseck, na, wirklich. Einliegenden. Da kann ich nicht nur die Großen. Die haben zwei Tage im Wald, die haben da nichts gefunden. Die haben da nichts gefunden. Die haben da nichts gefunden. Die ist nicht so gestanden. Der Stehsammler. Wir sind mit dem Klingelbeidl gegangen, der ist der Gehsammler. Und jetzt steht noch einer, so dass wir nicht vorbeigauen, der Stehsammler. Und sagt, für Geldsgut. Geldsgut. Und wenn es dem nichts gibt, tut er murmelnd an Fluch aussprechen. Ja, genau. Ich war beim Feuerwehrfest im Burgenland und da ist ganz lang vor mir Feuerwehrmann gestanden. Bis ich draufgekommen bin, ich muss ihm was geben. Und das war vielleicht ein Stich. Wofür? Für Feuerwehr. Vielleicht war der einfach nur blontzend fett. Hat dich gar nicht bemerkt. Und überlegt, wie du heißt. Das war schon klar, ich hab verspenden müssen. Bitte, Uli. Ja, was soll ich machen? Ich sag's jetzt mal. Insektar irgendwas? Nein, ein... Naßvorn. Auf der Herrentoilette ein... Ein Urinal? Ja. Aber warum Stehsammler? Naja, der steht. Der bewegte Stehsammler. Der Urinal steht? Ja. Der Urinal? Ja. Das Urinal. Ich bin ja inzwischen politisch so gerecht, ich setz mich auch am Urinal hin. Wirklich? Mit jeder erfolgreichen Frau pinkelt ein Mann im Sitzen. Ich habe es schon vor 1-2 Jahren erzählt, dass ich das tatsächlich gesehen habe, am Flughafen Palma di Mallorca, da hat einer reingekackt in der Urinale. Wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Wie hast du das gesehen? Ich habe zugeschaut. Er war nicht Tatzeuge, er kam nur zum Tatort. Er war schon weg, der Täter. Sonst hätte ich ja gewusst, wie er es gemacht hat. Ich helfe euch jetzt. Lasst uns zum Ende kommen, bevor es noch grauslicher wird. Ich glaube, ihr habt alle einen Stehsammler daheim. Zuhause? Nein, das wäre mir aufgefallen. Ich bin so viel unterwegs. Aber es hat nichts mit Wasser zu tun. Für Zeitschriften, die man noch lesen möchte. Ich würde es eher ins Büro tun. Was haben Sie gesagt? Ein Stehsammler? Die Dame von der Neckern, die Abteilung. Stehsammler im Büro? Diese Plastikwallen. Das ist so etwas für das Regal, wo man es so einig gibt. Genauso schlecht habe ich in der Schule auch mehr eins sagen lassen. Diese Laden, die man eiseln kaufen kann, aber ich kann es dann zusammenfügen. Ist das Sendungskonzept neu, dass man die Leute fragen kann? Ja, es kommt darauf an, wer im Publikum sitzt. Du, ich mach dich schon an, aber die sind oft am Blödsinn. Oh, verstehe. Entschuldigung, Lukas. Aber im Regal, was drinnen, was im Regal ein Regal ist. Ah, ja, ja. Geh noch mal zu der Damen. Bist du? Ja, und da Zeitschriften rein. Schau mal. Zeitschriften. Die große Chance ist im Nebenstudio. Das ist, was gibt es Neue? Ja, das stimmt. Stehts oder stehts nicht? Stehsammler. Das ist eh ganz klar, ne? Was ist es jetzt? Ich habe damals eh schon gesagt, da gibt's ja, das ist so das A4-Format meistens stehend, aufrecht und dann gibt man so Zetteln rein oder Blatt Papier oder vielleicht ein Magazin oder ein Autogrammbüdel vom Oliver Bayer. Nein, das heu ich da weg. Komm einfach so. Woher wissen Sie das? Arbeiten Sie im Bürofachhandel oder haben Sie es daheim? Ich habe das Zuhause, ja. Sie haben das Zuhause. Na gut, wir gehen nachher alle zu ihr und schauen uns den Stehsammler an. Und vorher sagt uns doch die Alice Dummlo, ob's richtig ist. Ein Stehsammler hat die bemerkenswerte Fähigkeit, aufrecht allein stehen zu können. Und man kann darin ganz unordentlich sämtliche kleinen Zettelchen verstauen. Das ist ein Stehsammler. Wir sammeln bis nächsten Freitag neue Fragen und dann sind wir wieder für Sie da. Schönes Wochenende. Ich hoffe, Sie mögen unser neues Zuhause in einer Woche. Sehen Sie es wieder. Wir wissen Wommern maioria. Nichts! Wir müssen goin' diese Uhr. Hopp,pop. Hau her! Heinz.